10 Jahre der Ringgeneral bei West Side Extreme Wrestling. Das Match, das weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Deswegen am dritten Tag, das kann ich mich heute noch erinnern, weil es war eine Katastrophe. Also Wrestling ist ein Teil des Lebens, aber nicht das ganze Leben. Bei SAC weiß ich nicht, ob ich das erste Mal gesehen habe und gedacht, was wollen sie mitnehmen? Welche Bedeutung hat, bis heute finde ich das Karat.